Jetzt auf zum schwarzen Zelt. Dort befreien wir Amtmar Müller, oder wie der hier heißt. Gleich. Donnerritter, hat er dir wehgetan? Er mir? Oh, ich ihm. Nie wieder soll die schwarze Brut regieren über dieses Land. Nie wieder mehr in alter oder neuer Zeit. Oder neuer Zeit. Neuer Zeit. 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 Bin ich? Ach ja, zu Hause, in meinem Bett. Komischer Traum. Aber jetzt muss ich in die Schule. Zur Mathearbeit. Hey, Engi. Du, ich muss dir was erzählen. Ich auch. Ich hab was ganz komisches geträumt. Du auch? Ja, ich war mit dir und Donnerritter im Mittelalter. Und er hat gegen den schwarzen Ritter gekämpft. Ja. Und ihn besiegt. Woher weißt du das denn? Na, ich war doch dabei. Und dann haben wir... Amtmar Müller gefunden und befreit. Richtig. Und diese Divil, die alte Hexe, ist an allem schuld. Vielleicht sollten wir den Schneidemart mal fragen, ob so eine für ihn arbeitet. Du meinst der Traum. Wenn zwei das gleiche träumen. War Wirklichkeit? Wir waren mittendrin im Mittelalter? Jo.